Okay, ähm, oh Gott, da war ein Zombie, da hätte ich nicht so nah an die Schlucht gehen sollen. Sollen wir erstmal hier diesen Zweig absuchen? Also ja, noch nicht da unten rein. Oha, Alter, das ist eine riesige Höhle hier. Das war, was, wir haben das Höhle-Glück durch dich dann bekommen, aber dann richtig. Ja, ja, ich sag's ja immer, ich bin einfach, ich bin der Höhle-Beauftragter. Höhle-Beauftragter, Höhle-Glück-Beauftragter. Ja, kann auch sein, weiß nicht. Ich hab so, ich hab so viele Aufgaben in diesem Setz-Play-Fu-Diagant. Oh, okay. Da oben, da hätte ich jetzt nicht lang gehen müssen. Ne, ja, ich schließe. Alter, bin ich dämlich. Ich schließe gerade erst mal die... Ja, halt. Es ist ein Rundlauf, das Ding, wenn du da jetzt wieder in die Höhle zurückkommst. Echt? Weil ich kann auch hier durchgehen und dann hier zu dir... Ja, ich weiß nicht, aber ich mein, hier entlang. Ach so, ja, gut. Ah ja, gut, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Ja, genau. Haps, fertig. Wann ich los machen? Perfekt. Kannst dich machen. Jo. Das soll, ah ja. Lass noch mal Eisen. Ah, sehr gut. Das ist krank. Ah ja. Eisen ist immer eine gute Sache. Ich hab genau eins der Eisen. Okay, dann... Wir sind so babbo-equipped. Ja, ich hab nicht genügend Stein. Äh, ich mach's kurz. Ja, danke. So, und jetzt, ich würde sagen, erst mal hier oben lang. Okay. Oder halt hier unten. Ja, okay. Ja, ich wollte erst mal... Okay. Oh, Gott. Da unten ist ein Spider. Und da unten ist ein Creeper. Ich mach den... Da ist noch ein Element. Ich mach den Water Energy. Oh, Gott. Hier sind zwei Creeper, zwei Skelette. Ich glaub, wir werden sehr schwer wieder zurückfinden. Hab ich das Gefühl. Müssen das hier irgendwie alles markieren. Oh, ich schau ihn an. Brauchst du Hilfe? Ja, eventuell wäre das ganz praktisch. Okay. Ich sehe noch mal in der Perle. Jo. Hab's da. Äh, ich weiß noch was, was ist das Essen? Alter, lass... Weißt du, was scheiß drauf? Ich glaub, wir finden hier wieder raus. Ganz ehrlich. Ich mach mal ganz kurz die Spindel da oben an. Warte, nur ich mach hier einmal kurz... An dem man bitte da runterkommt. Ich glaub, es geht los. Ich glaub, es hakt du. So. Oh, lol. Das ist ein Trottel. Kommt nicht runter und stirbt dann oben. Okay. So. Gold, war der Scheiße. Ich geh' nochmal... Oh, oh. Die Spinne... Ich hab sie so angegriffen. Sie juckt einfach gar nicht. Sie bleibt einfach da. Ich tüt sie, ohne dass sie sich gebeten hat. Wo sie denn raus hat, die Spinne? Alter, hier ist eine riesige Höhle. Okay, hab jetzt auch Bogen. GG. So, perfekt. Jo. Oh, hat sogar noch 189 insgesamt. 188 was? Ähm. Ding. Schüsse. Haltbarkeit zeigt halt immer 188 an. Aber da ist es bei Null anfängt zu zählen. Ich glaub, das war jetzt da, oder? Ähm. Nee, ich meine nicht mehr. Nicht mehr? Also, wenn ihr mir sagt... Nee, nee. Vorhin bei dem Bogen, den ich jetzt am Anfang hatte, hatte ich auch noch Null von... Achso, ja. Aber das ist, weil ich das Geldbogen manchmal so sagen. Aber es ist dann trotzdem so, dass... Ah, okay. Ja, klar. Ich weiß. Wenn der noch Haltbarkeit eins hat, dann... Nee, nee. Es ging nicht darum, sondern einfach das... Warte mal. Dann lass ich erstmal alles abbauen. Ah, guck mal, da oben haben wir noch mehr Eisen. Dann willst du kurz hochgehen, dann kann ich den Teil der Höhle schon mal zubauen, ne? Oder? Hier warst du alles. Ähm, wo? Ja, der Teil, in dem wir gerade drin sind, das ist alles von der Höhle. Ähm. Ja, von diesem Abschnitt, wo ich gerade durch bin. Ja, das muss ich dafür zubauen. Ja, warte mal. Ich will erstmal hier oben... ...das letzte Eisen noch mitnehmen. Gönn dir. Ach, komm, da war ich mir alles zu. Äh, so. Ich schau dir jetzt zu. Okay, gut. Oh, der guckt euch diesen strammen Körper an. Jo. Da oben ist noch mehr Eisen. Ah ja, der ist ja unverschämt. Oh, der ist dann ohne Luft zu holen ab, eigentlich nicht intelligent. Na, ich glaube, ich bin ein bisschen langsamer als du. Ja. Dann bin ich auf dem Wasser wieder weg. So. Ich weiß, es ist ja die Intelligente, die Idee der Nation. Da ist noch mehr Eisen oben. Ja, da oben in der Decke ist überall, da oben ist noch mal Regis. Allgemein, weil hier einfach eine extrem große Fläche frei ist, findest du hier extrem viel. Da haben wir noch mehr Eisen. Nein, aber da ist noch. Und ich komme halt mit dem Ex-Farm, um da hinzukommen, gar nicht mehr hinterher. Weil ich die ganze Zeit nur Eisen abbaue und nie irgendwie... Ich höre auf zu laufen, dann lasse ich die Sneak-Taste los. Und dann laufe ich noch mal ein Stück, ohne dass ich nicht gedrückt habe. Grüße, gehen raus an Minecraft. Das passiert mir ständig. Ich glaube, da sollten eher die Grüße an dich rausgehen. Nein, ich lasse ja die Taste weiter, lässt sich ja das beide Tasten los. Und die Lauf-Taste, dass ich los, bevor ich die Sneak-Taste loslasse. Ja. Oh. Und dann... Ach so, so meinst du es das. Okay. Also, dass nicht ich runterlaufe, sondern irgendein dummer Bot, der einfach noch weiter... Ich glaube, noch weiter. No. Ich glaube, dann haben wir hier alle, ne? Weil ich bin so in MLG PvP. X, 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 Fin, X, DJ, Pancake, X, X, MLG, PvP, HD, LOL, Arof. HD 4K? Kommst du zurecht? Geht doch gar nicht. Ja, hier sind zwei es klärt, aber ich klatsche sie bei dir weg. So. Jawohl. So wird das gemacht. Okay, dann, ähm, das war nicht so schlau da oben, einfach eine Fackel hinzuplatzieren, denn die disorientiert uns hier gerade extrem. Ja, ich brauche sie, ja. Boah, krass, Alter, ich habe sie. Alter, ich hole den ganzen Fall schon, das ist so selb. Okay, also wollen wir dann hier rein. Warte, ich bin gleich da. Ich glaube, das ist nur so ein... Ah, hi. Hey. How are you today? Da war ich doch eben. Oder willst du da, willst du da unten lang, oder da unten? Ach, moin. Das ist ja, also, das ist ja ein... Also, Leute, schaut euch diesen überdimensionierten Gang an. Also, das schon sagen, Minecraft, da hast du die wieder... Also, da... Mühe. Warte mal, ich nehme hier die Fackeln noch mit, ihr wollt ja nicht Ressourcen verschwenden. Aber das ist schon krass, oder? Dass es da irgendein, äh, Algorithmus gibt, der sowas, der genau diesen Gang entwickelt, sozusagen. Alter, wo bist du denn jetzt gerade schon wieder hin? Ich bin hier oben lang gelaufen. Ja, okay. Achso, da lang. Ne, aber gut, ich wollte hier gerade... Ich glaube, ich absperren. Ich glaube, das können wir absperren, weil das da nicht so aussieht. Ne, kannst du zumachen. Ja. Sehr gut. Zack, zack, zack. Habe ich das hier noch mit? Ich mache jetzt diese Bär hier kaputt. Ist das bereit? Höh! Alter, Alter, Juni, 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 hier kommt ein Zombie-Armee. Holy fuck, was kommt hier denn alles her? Oh, Blut. Haben wir sie alle? Ja, ich glaube, wir machen hier nochmal ein bisschen höher. Und so. Und so. Zack. Eine grandiose Idee. Ja. Passt. Jo, was ist denn hier los? Da oben chillen auch absolut die Viecher. Hm. Ich glaube, das ist diese Schlucht da. Ja, das könnte sein. Ähm, warte mal ganz kurz. Aber ganz kurz, nur so eine random Frage. Wo wir Farben gehen, also wo noch suchen wir einfach so random... Nach allem. Nach allem. Weil ich würde jetzt einmal ganz kurz hochgehen und mal irgendwie die Items, die wir jetzt gefunden haben. Warte. Ich hab, was geht, wenn wir sterben, nie alles verloren haben, was echt unkraftisch ist. Ich glaub nicht, ich war hier so faro. Wo wir sind jetzt hin. So, Bogen, zusammen, Craft, jetzt hab ich einen Geklettenbogen. Ich bin hier unten. Die hatten. Ich glaub, hier waren wir schon, oder? Ja, ja, ich glaub, hier kommen wir, kommen wir auf diesen Rest. Ja. Ich bin da. Das ist okay. Komm. Kommst du? Ja. Jan? Ja, ich komm. Den hättet ihr hier. Du musst bei mir nicht helfen, ich weiß nicht mehr, wo wir... Oh, hier, hier ist die Treppe. Ja, aber damit, damit haben wir uns den Nutzer den Ding durchgebaut. Ich weiß. Ich weiß. Oh. 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 Oh, scheiße. Halbes Herz. Ich hab, ich hab mein Water-MLG geschafft. Alter. Ich hab grad ein halbes Herz. Ich hab gedacht, ich bin so tot. Hast du noch was zu essen? Ja. Ich hab mein Water-MLG in allerletzter Sekunde geschafft. Achso. Nee, nee, ich hab... Ich hab mein Water-MLG geschafft. Weißt du, sowieso, ähm... Ähm, 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 ähm. Ich hab dann alle Water-Buckets gesetzt. Regeneration ist benötigt. In deinen... In die Schussbahn der Breide. Okay. So. Okay. Es war aber auch ein bisschen dumm von mir, da oben auf der Treppe weiter zu laufen. Ich glaub, zurückspringen wäre auch nicht sicherer gewesen. Ja. Okay, warte mal. Wo fahren wir den jetzt rein? Keine Ahnung, ich geh jetzt mal wieder hier hoch. Wo bist du? Ach, da. Aber ich hasse das. So, wir kamen gerade von hier. Bist du doch sicher? Ja. Okay, dann wird's gut. Komm. Guck mal, hier ist noch eine Höhlenabzweigung, die wir erkunden können. Aber das ist da, wo wir gerade unten waren, ne? Ich hab' ne Idee jetzt, wo die da so ultra gechillt gammeln. Schieße ich jetzt auf die Drau. Und guck mal, wie sie tritt. Ach, bin der Creeper. Au, danke, dass du mich getroffen hast. Ja, sorry, ich wollte eigentlich auf den Creeper schießen. Lass mich das machen, ich hab... Ich bin dafür extra perfekt ausgerichtet. Hab' einen gekillt. Ah, ich hab' keine Pfeile mehr. Dann geh' ich jetzt in den Creeper zurück. Perfekt weggeklatscht. Ach, voll ein Wichser, der. Krabber. Ah, das war jetzt. Hab' ich irgendeine Höhlenabzweigung. War da dann nicht ganz gut zu machen? Muss ja auffassen, da hier. Ich komm' mir grad so unendlich gelösen vor. Bist du auch. So, jetzt. So, jetzt lass' ich wieder nach oben gehen. Ich geh' erstmal hier lang. Wo ist denn der Weg nach oben? Nicht da, wo ich grad lang geh', aber hier haben wir noch Eisen. Ja. Und das war's schon, irgendwie. Ja, ja. Dann baue ich hier gleich mal zu. Davor baue ich aber erstmal ganz kurz Mittel. Stein. Ach, nicht schön. Ich farme Stein und finde Eisen. Das ist doch wieder so unverschimpft. Naja, dann können wir ja eine Eisenfabrik bauen. Yo, hier ist nochmal. Yo, gotta go. Gotta go fast. Warte mal, haben wir hier alles. Ja, das war das. Den Teil hier kann ich zubauen, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich nehm' erst ein paar Fackeln wieder mit. Zack, 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 zack. Zack, 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 sollten hier keine Mobs mehr durchkommen. So. Und wo kamen wir jetzt? Oh Gott, ich muss ja auf. Sneaken, sneaken, sneaken. Ja, mach doch irgendwo nen Grund. War's doch auf deinem, da war doch mal, da gab's doch mal dieses eine Let's Play, wo du, äh, diesen Trick gezeigt hast, dass man einfach nur runterlaufen muss, bei diesem einen Jump'n'Run, in der Jump League. Ja. Du warst auch der Jump'n'Run King. Hm. Ich bin nicht sehr, sehr, sehr überzeugt von mir, Alter. Nee. Ähm, hier ist, denke ich mal, nix. Trotzdem mal ausleuchten, ne, nix. Doch, ich hatte gerade schon wieder Eisen gefunden. Ja, gut, ach. Ich meinte, ich... Das ist ja nicht mehr. Ja, ich hab tatsächlich, ich, ich alleine hab tatsächlich fast zwei Sticks. Okay, warte mal, dann gehen wir hier weiter hoch. Oh Gott. GG. Kam von da, aber... Ich guck, äh, hier haben wir's, äh, ja, genau. Ja, da ist alles zugebracht. Ja. Let's going down for real... Warte mal, dann kann ich ja eigentlich die ganzen Fackeln wieder mitnehmen. Nee, nee, die brauchen wir ja, oder? Oder haben wir da hinten jetzt alles zugebracht? Ich glaub, da haben wir jetzt alles zu. Okay, dann GG. Dann sind wir mit der Höhle hier fertig. Weil hier ist zugebaut. Halt hier oben. Hier oben noch nicht. Wir müssen uns doch mal ganz kurz einen Blick reinwerfen und abschätzen, wie groß das sein wird. Ah, größer als ich dachte. Kannst du mal das Eisen da mitnehmen? Ja, kann ich das gleich machen. Das ist schon immer. Oh, das ist mal wieder so ein Riesenklops. Okay, ja, das ist aber... Ah, ja. Ja. Du brauchst das Eisen, hab ich zerstört einen Zombie hier. Ja. Und dann kannst du gleich mal einen Blick reinwerfen und abschätzen. Ja, ich fahr mal ein bisschen Kohle einfach so für... Ja, du, Gendi. Wobei, nee, doch nicht. Kein Bock. Ich hab zwei Ender-Gruppen. Oh Gott, hier sind zwei Creeper. Komm, explodiert, danke. Jawoll. Okay, es ist hier wieder so eine Art Durchgang. Warte mal, dann kann man... Nur teilweise. Ja, teilweise. Zack. Ich glaube, das ist einerseits ein Rundgang, dann split es sich hier zweimal auf. Alter, das ist hier schon wieder so richtig kompliziert. Ach Gott, nee, Digga, das ist es. Würde ich tatsächlich für die nächste Folge vorführen. Ich geh trotzdem einmal so ganz grob durch und guck, ob's hier weitere Abzweigungen gibt. Und ja, es gibt weitere Abzweigungen. Wie gesagt. Wir nehmen gerade 35 Minuten bisher auf. Ja. So zur Info. Was würdest du halten? Davon halten, wenn wir... ...jetzt kurz nach oben gehen und unsere Sachen fertig einschmeißen. Warte. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Sorry, was verstehe ich... ...ein Name nach oben. Äh... Ja, okay, dann... Ja, da ist noch Eisend. Wenn ich jetzt mal auf meinen Vorschlag zurückzukommen, wäre der... ...dass wir zu gehen, ans Einschmelzen... Ja, ja. ...und auf zur großen Wanderung machen. Ein was? Dann würde ich... Wahrscheinlich müssen wir uns zur großen Wanderung bereit machen. Ich würde erstmal die komplette Höhle noch fertig machen. Ist auch nöge. Ja, sei dumm. Ich habe eben noch gesagt, ich wäre es dafür die nächste Folge. Oh Mann, wie die Blöde. In der Tat. So, jetzt geht's darum, hier den Weg zurückzufinden. Warte mal, kann man das hier nämlich so verschließen, dann... Ich komme gerade auch nach oben. Weil ich muss dann auch noch Essen refillen. Ich auch. Ich habe auch nichts mehr. Ich brauche 4,5 Minuten. Hallöchen. Hallö. Ähm... Da. Ey, du hast jetzt mich eigentlich runtergesiebt. vor allem... Tschüss. Ichけど... Da. Bis zum nächsten Mal.